Geht's euch gut überall auf der Welt? Das war Chrissie Heind und die Pretenders und wir sind jetzt wieder hier in der 9. Rockpalastnacht, live aus der Gruger Halle in Essen. 12 Länder sind angeschlossen. Wir befinden uns mitten in der ersten Umbaupause. Die Bühne wird gerade für Mink de Vil hergerichtet und wir haben jetzt Gäste. The Undertones. Es ist live und es gibt Leute hier, wie du siehst. Sie haben viel Geld für das. Sie haben viel Geld für das. Wie fühlst du jetzt? Es ist 25 Minuten, seit du aus dem Spiel kam. Wie fühlst du jetzt? Sehr leid, aber sehr gut. Er ist sehr satisfeiert. Er ist ein bisschen müde, aber er fühlt sich eigentlich sehr, sehr gut und ist sehr zufrieden mit wie es gelaufen ist. Wir sollten vielleicht sagen, dass normalerweise spielen die 75 Minuten. Das war diesmal nicht möglich. Die haben nur eine Stunde gespielt. Aber du hast eine Stunde, 60 Minuten statt der 75 Minuten. Wie fühlst du das? Wie fühlst du das? Tell sie. Nein, ich konnte nicht. Es ist die Qualität nicht die Qualität. Genau, genau. Ich glaube, wir haben das in 60 Minuten getan, was wir in 75 Minuten getan haben. Es ist nicht wirklich wichtig. Sie liefen es. Er meinte, er hat in den 60 Minuten genau das erreicht, was man eigentlich auch in 75 Minuten erreichen könnte. Also es hat gut geklappt. Und wie gesagt, sie sind damit zufrieden. Um, I'm going to spring something on you. I don't know whether you're going to like this now, but just to show that this is actually a live program. I've got a little note here. Es hat mich jemand sofort zehn Minuten angerufen. Es waren drei Mädchen aus Frankfurt. Und zwar Birgit, Ulrike und Angela. Die haben mich gefragt, ob ich die Andertons fragen könnte, ob sie was auf Ierisches sagen könnten oder singen könnten. Right, now look, diese drei Mädchen, Birgit, Ulrike und Angela. Just phoned up from Frankfurt. Die haben nicht gesagt, wer sie eigentlich in love with waren, aber sie lieben die Band. Und sie sagten, sie waren heute Abend in Norden-Ireland. Und sie lieben die Akzenten. Können Sie singen etwas? Briefly? Ja, ja. Aber sie wollen sie einfach zu hören, sie wollen sie einfach zu hören. Ein bisschen Gaelic. So, ich weiß nicht, dass ich es nicht. Ein bisschen Gaelic. Aber es war gut, sie felschen. Und sie waren gut. Und sie waren ganz voll. Also was da, also... Es ist los zu uns. Es ist los, es wurde mitzündetens. Das war Untertitel. Das war es, er? Live recording. Wenn du in die Zukunft gedacht hast, ich begrüßt mich mal über der Zeit, wie du zusammengegangen bist und es für die Spaß gemacht hat. Wie hat das verändert verändert? Wie hat's das verändert gemacht? Wie ist das一 Tag ausgeschlagen? Egal jetzt ist viel Spaß jetzt? Ein Giovanni vor ein Kostüm. Und da, we didn't like that at all, we hit it every minute. Here I am, brain, the size of a club, and I'll have to do this group, Mr. Daisy, so come down to my laboratory, I've made myself a new friend. Ich bin nicht so sicher, ob ich das alles übersetzen kann oder soll. Die haben am Anfang ihrer Karriere, wenn man es so sagen will, gesagt, das hat einfach Spaß gemacht, am Anfang zusammen zu spielen. Das hat schon ein bisschen geändert, die Hassen, das ist wirklich jetzt zu spielen, was überhaupt nicht ernst gemeint war. Do you not find that, I mean, when you first got together, right, at that point, what's behind you is like being friends, going to school and so on. Once you've gotten together, made a record and so on, that must change. I mean, you must mix with different people, the experience has changed. But now we play better songs than what we did when we first started. So now we make more money. Not enough, but more. I'm not sure if that was serious, I mean, am Anfang haben die andere Lieder gemacht, die Lieder, die die jetzt machen, sind einfach besser. Und auch dazu kommt die Sache, dass die natürlich mehr Geld verdient. I mean, does money really make that much difference? Give me all your money and see. Exactly, where's your wallet? Get in the air, look. Alright, it's 15. What's this gold necklace here? Jeremy, I'll give you that later. Here's money here. Wie man vielleicht verstanden hat, ich hab gefragt, ob das Geld wichtig ist für die Gruppe jetzt. Man sieht hier, dass das schon sehr wichtig ist, weil alles, was ich habe, ist jetzt schon weg. You give me something, I'll come back and get something to drink for that outfit. Do I get something to drink? A free drink? A free drink? You're killing me. I mean, what do you think I do this job for? I mean, there must be a reason why I'm here. I mean, it's not allowed to. I'm not on camera, only afterwards. So what are you gonna do now? Are you gonna stay around for the rest of the night? We're gonna go home. We're gonna go home, exactly. No, I want to see Blakely go home. I'm not sure if Mickey's enjoying this. I think it's great. I think it's great. He's enjoying the camera. I mean, I'm looking at this. Is it really so handsome, my wife, before? I can't even see the acting. Do you know what I think is handsome? I don't know what I'm talking about. I just wanted to say something. I just wanted to ask the group to ask what they're going to do later. And Mickey said he'll go back home. Which of course doesn't even know. They're very excited to see Black Uhuru. Of course, that will be later because we're almost ready for the movie. At the end, maybe I can ask you to sign our autograph. Bold here. Thanks very much for coming by. The pens cost 175. We just took the price off, but you can give me the price later. Thank you. Okay, thanks a lot. Don't have a wire here. Give them a bit of a claw. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. I was going to. Well yeah. I was going to. Oh yeah. Come on. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Untertitelung des ZDF, 2020